Crusader Kings 3 ist ein sehr komplexes Spiel, das sich unglaublich viele Möglichkeiten gibt, auch in der Entwicklung eines Charakters. Und oft können diese Möglichkeiten sehr bewältigend sein und viele der Fähigkeiten, die es im Lebenswandelbaum gibt, fallen auch hinten über. Deswegen will ich jetzt mal eine Tierliste erstellen, um euch zu zeigen, was meiner Meinung nach die besten Traits sind, was Dinge sind, die auch im speziellen Rahmen sehr interessant sein können und welche Dinge absolut vernachlässigbar sind. Hier in dieser Reihe geht es wirklich darum, dass wir uns mal durchweg alles anschauen, denn jeder Trait hat ja irgendwo seine Bewandtnis und hat auch einen gewissen Rahmen, wo er super sein kann. Es gibt aber auch viele, die in meinen Augen einfach auch Nieten sind. Und die müsste man halt wissen und kennen, sodass man sie umgehen kann und auch weiß, warum ich persönlich denke, dass einige Traits halt einfach Must-Have sind, weil die Lebensspanne unserer Charakters natürlich sehr begrenzt ist. Da ich mich kenne und sehr viel erzählen werde und ich glaube, die Informationen auch sehr dicht sind und ihr das gut verdauen können sollt, werde ich mehrere Videos darauf machen, wenn ihr Bock darauf habt. Schreibt es unten in die Kommentare, gebt ein Like da, das wird auch dem Kanal sehr helfen, wenn ihr darauf habt und das Spaß gemacht habt. Und dann würde ich alle einzelnen Trees durchgehen. Wir fangen heute mit dem Diplomatiebaum an. Hier finden wir unsere typische Tierliste. Wir haben unsere verschiedensten Symbole. Wir haben da einmal den Diplomaten, den Augustus und den Patriarchen. Diese drei verschiedenen Fähigkeiten sind die letzten Fähigkeiten, die im jeweiligen Baum drin sind. Darauf die geben wir ein. Es geht aber vor allen Dingen natürlich um die einzelnen Traits, wie individuell gut sind die. Dafür springen wir direkt mal ins Spiel. Wir sehen hier drei verschiedene Schwerpunkte. Das sehen wir bei jedem Lebensbaum-Wandel. Wir haben hier einmal auf Außenbeziehungen, gibt einfach eine Diplomatie dazu. Nicht so pralle. Dann haben wir Majestät, was in meinen Augen das Beste ist, weil wir einen Prestige dazu bekommen. Extrem stark, wenn ihr als Stamm anfangt, weil dadurch mehr Kriegsvolk unterhalten könnt. Mehr Kriegsvolk heißt mehr Macht und damit auch mehr Sicherheit oder eben Möglichkeit zu erobern. Weil euer Kriegsvolk halt Prestige kostet pro Monat. Und dann als letztes habt ihr noch Fruchtbarkeit. Nur nötig, wenn ihr jetzt irgendwo wirklich infertil seid oder fast infertil seid. Wir können in diesem Spiel auch impotente oder infertile Charaktere zur Kinderkriegen zwingen, indem ihr solche Traits halt stackt. Aber wenn ich schon danach gehe, wäre Majestät das Beste für mich. Dann gehen wir auf den Diplomaten. Der Diplomat, wie gesagt, hat hier unten das letzte, das letzte, diesen Trait. Diese Trait, den gucken wir uns am Ende an. Es beginnt mit Wohlüberlegt. Meinungszuwachs durch Geschenke schicken plus 100%. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal in diesem Spiel hineinschauen und wahllos mal den Typen hier nehmen, das ist unser Sohn, und auf Geschenk schicken gehen, dann seht ihr. Je nach Trade, wie der drauf ist, kriegt er natürlich verschiedene Meinungen. Aber der hier würde 186 Meinungen dazu bekommen. Was natürlich ein unglaublicher Batzen ist, aber er ist nicht mal gierig. Das heißt, diese Fähigkeit plus 100% Meinungszuwachs kann natürlich auch so der Gamechanger sein in sehr, sehr speziellen Nischen. Weil ihr damit halt eine Möglichkeit habt, Leute, die euch wirklich hassen, wenn ihr genug Geld habt, so wie wir es jetzt zum Beispiel haben, könnt ihr denen einfach so lange Geld ins Gesicht schmeißen, dass sie euch nicht mehr auf die Nerven gehen. Sehr wichtig, vor allem, wenn ihr ein großes Reich habt und sagt, ich habe hier so viele Vasallen, die mir auf den Keks gehen, wenn mein neuer Charakter an die Macht kommt, einfach Geld ins Gesicht schmeißen. Ich weiß, viele von euch haben ja schon mal gefragt, wie ist das, wenn ich jetzt einen neuen Charakter habe, wie kann ich den irgendwie am Leben halten oder nicht die Fraktion da poppen lassen. Da hilft zum Beispiel, wenn ihr hier viele Geschenke schickt. Das ist eine ganz einfache Sache, ihr braucht nur den ersten Trade und dadurch ist er ja schon sehr stark, weil der erste Trade eben direkt diesen massiven Boost gibt. Wohl überlegt, ist ein sehr guter Trade, aber eben nischenhaft. Ihr habt den nicht immer super krass. Am Anfang, wenn ihr kein Geld habt, bringt es halt nicht. Wenn ihr irgendwie 100 Gold zum Bestech bezahlen müsst, werdet ihr auch damit nicht glücklich werden. Aber er kann halt gerade, wenn man größer ist und mächtige Vasallen hat und die eigentlich loswerden will, gerade auch wenn man neu an die Macht gekommen ist, genug Geld gespart hat, kann man damit sehr viel erreichen. Also ein sehr starker Trade, schon mal den wir hier finden, aber eben in speziellen Situationen. Dann gehen wir mal links herum. Eroberung von Herzogzümern. Ihr habt erstmal Titel, Schaffungskosten minus 20%, was eine ganz okaye Sache ist. Ihr könnt halt einfach weniger Geld ausgeben, ja. Aber wichtig ist vor allen Dingen, ihr habt den Herzogseroberungskriegsgrund. Und dieser Kriegsgrund, der erlaubt es euch, Grafschaften zu übernehmen, die man braucht, um einen ungeschaffenen Titel im Herzogsrang zu schaffen. Bedeutet, habt ihr jetzt als Beispiel oben einfach mal BH. Habt ihr ein BH und in dieses Gebiet, dann könnt ihr diesen Grund schaffen, also Grund nutzen, um BH als Herzogtum oder Gebiete innerhalb von BH einzunehmen, wenn, und jetzt wichtig, BH halt nicht geschaffen ist. Das heißt, ihr müsst ein Herzogtum haben, wo noch dieser Herzogtum-Zittel noch nicht erschaffen worden ist. Und darin könnt ihr dann diesen Herzogseroberungsgrund nutzen. Sehr speziell. Kann aber natürlich gerade am Anfang auch wieder, wenn ihr zum Beispiel, das was ich eben meinte, mit Stamm hier auf mein Estät gegangen seid, hilfreich sein, um euch ein Herzogtum zu erobern. Man muss aber sagen, für Stamm braucht es nicht so dringend, weil gleichzeitig, weil ihr ja schon generell einen Eroberungsgrund habt. Es ist also eher bei Feudalen wichtig, wenn ihr vielleicht den letzten Punkt, die letzte Grafschaft noch in ein Herzogtum erobern müsst, damit ihr wirklich euer Herzogtum gründen könnt und ihr nicht immer wieder dieses nervige Anspruch-Fingieren nutzen wollt. Ist nicht EU-mäßig stark, weil eben es sehr viele Wege gibt, um das zu umgehen und nicht die Notwendigkeit zu sehen, das zu nutzen. Aber man kann es in ganz, ganz, ganz speziellen Nischen einmal nutzen. Gehen wir nach rechts rüber, anpassbare Tradition. Relativ langweilig. Ja, ihr könnt halt mehr Sprachen erwerben. Fremde Angelegenheiten finden wir beim Kanzler. Da könnt ihr einfach hier auf den Kanzler gehen, da seht ihr fremde Angelegenheiten. Ihr kriegt dadurch Prestigesprungort, was wieder das, was ich meinte, mit dem Stamm befördert, dadurch ganz nett ist. Das war es aber eigentlich auch in meinen Augen. Ihr habt zwar Waffenstillstand verkürzen, das kann auch passieren, dass ihr halt schneller wieder Krieg erklären könnt. Okay, ist aber zufällig, da könnt ihr nicht drauf bauen. Von daher ist die Fähigkeit eher, ja, geht so. Nicht gerade übermäßig stark. Anpassbare Tradition, für mich eher das Letzte, was man wählen sollte. Defensive Verhandlung wiederum ist sehr cool. Andere Vasallen, gut, wenn ihr irgendwie einen Lehnzehr habt und die anderen Vasallen mit euch da interagieren, habt ihr halt mehr an Meinungen. Aber das Zweite ist ja wichtig. Meinungenunabhängige Herrscher kann schon mal dazu führen, dass ihr eine Hochzeit kriegt, die ihr vorher nicht hattet. Ein Bündnis bekommt, was ihr vorher nicht hattet. Oder einfach nicht umgebracht werdet oder euch der Krieg erklärt wird. Weil einfach die unabhängigen Herrscher, das wäre jetzt in diesem Beispiel, wenn wir mal schauen hier, Großmeeren zum Beispiel. Und Polen, die beiden jetzt gegenüber. Und hier neben ist die Wallachai. Wenn diese drei sich jetzt diesen Trade nehmen würden, dann würde, also Polen sich diesen Trade nehmen würden, würde Wallachai weniger, wahrscheinlich genauso groß mehr, diesen Polen angreifen. Was eben einen Vorteil darstellt. Ist aber natürlich auch eher nur ein Boost. Ihr müsst natürlich trotzdem aufpassen. Kann aber dazu führen, dass auch Vasallen sich eher euch anschließen, weil sie euch halt mehr mögen. Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel, wir hätten hier Anhalt. Ich bin das Römische Reich und wir könnten einfach hier Anhalt oder das Bayern-Herzogtum einfach als Vasallen direkt einvernehmen, ohne dass wir den Krieg erklären müssen. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie hier so das Römische Reich entstanden ist und warum wir das Heilige Römische Reich Deutscher Nation oben zerfetzt haben, guckt einfach mal im Zweitkanal vorbei. Oder kommt bei Twitch vorbei, da stream ich auch die ganze Zeit, auch separat bei YouTube momentan. Von daher abonniert da direkt oder lasst ein Follow da bei Twitch. Aber zurück zum Trade. Wir haben bei den defensiven Verhandlungen noch ein sehr starkes Ding. Da können wir Bündnisse ohne Heirat vorschlagen. Ich glaube, man kann das nur einmal. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, dass es da irgendwie so eine Limitierung gibt. Aber ihr könnt halt zu den Herrschern gehen, wenn ihr diesen Trade habt. Rechtsklick da drauf machen und dann oben im Menü, wo ihr auch normalerweise auch Bündnisse aushandeln könnt, wenn ihr irgendwie mit Heirat verbunden seid, könnt ihr direkt sagen, hör mal, hast du Bock am Bündnis? Selten kommt die KI auch auf euch zu. Da seid ihr aber meistens stärker als die und schlägt euch mit diesem Trade auch dieses Bündnis vor. Das kann man sehr gerne annehmen. Oder man sucht sich halt jemanden, der stark ist und schlägt ihm ein Bündnis vor. Man muss aber sagen, es fallen natürlich alle Kriterien da an, die notwendig sind, um so ein Bündnis zu schaffen. Du musst halt stark genug sein oder er muss sein Freund sein. Er muss sich genug mögen. Aber es kombiniert sich halt sehr gut damit, wenn ihr Freundschaftskomplotte hier macht oder zum Beispiel wohlüberlegt habt und denen schon ordentlich Geld ins Gesicht gegeben, nein, Entschuldigung, in die Hände gegeben habt. Dann werdet ihr genug Meinung haben, um vielleicht ein Bündnis ohne jegliche Probleme zu schaffen. Und das kann schon sehr mächtig sein. Gerade wenn ihr irgendwelche speziellen Spiele habt, wie zum Beispiel massives Inzestuöses, sodass ihr sagt, ich will kein äußeres Bündnis haben, sondern nur intern heiraten, dann wäre das hilfreich. Es hilft generell aber auch, wenn ihr einfach keine Kinder habt und noch irgendwie ein Bündnis aus dem tiefsten des Fasses rauskratzen wollt. Das nächste ist erzwungener Vasallengrund. Der ist relativ einfach, ist aber auch wieder sehr nischenhaft. Ihr könnt einfach alle Vasalisieren. Wenn ihr halt Herzog seid, könnt ihr das bei Grafschaften machen, also bei Grafen machen. Wenn ihr König seid, bei Herzögen. Aber wichtig, ihr seht es hier, die dürfen nicht mehr als drei Grafschaften im Reich haben. Sehr stark also, wenn ihr so kleine, mini zersplitterte Reiche habt, vielleicht ist ein Reich aufgelöst worden und die haben wirklich nur alle ein oder zwei Grafschaften, dann könnt ihr diesen Vasallenzwangkriegsgrund richtig raushauen. Ist aber auch wieder eher was für, in meinen Augen, stärkere Reiche. Wieder kommt nämlich der Effekt, seid ihr stammen, habt ihr eh einen Eroberungsgrund, habt ihr anständig eure Religion verändert und so weiter. Könnt ihr mal in Tutorials gucken, da gebe ich hier immer wieder Tipps. Da kommt auch nochmal ein weiterer Tipp in einem anderen Video. Dann ist es so, dass ihr das eigentlich nicht nötig habt. Ihr könnt das immer irgendwie regeln ohne diesen Vasallenzwangkriegsgrund. Aber ihr habt halt hier die Möglichkeit, drei Grafschaften auf einmal einzusacken, ohne irgendwelche Technik, also irgendwelche Innovationen, Traditionen oder sonst irgendwas. Müsstet aber eben auch diesen Punkt dafür ausgeben. Flexibler Waffenstillstand, auch wieder so ein Ding, was in meinen Augen sehr tiefgehend dafür ist, wenn ihr sehr stark seid und konstant Krieg ballern könnt. Also wenn ihr überhaupt keine Gefahr habt, irgendwas zu verlieren, das kann man auch als Stamm natürlich nutzen oder als starker, unabhängiger Feudalherrscher, der sich gut ausbreiten kann, dann könnt ihr nämlich einen kürzeren Waffenstillstand und keinen Prestigemali einhergehen. Ist halt auch wieder sehr nischenhaft. Ihr merkt, das ist so ein bisschen der Ton des Ganzen. Trotzdem sind hier ja schon sehr coole Sachen dabei. Ich würde das hier aber jetzt nicht sehr hochwerten, weil ich das meistens nicht brauche, dass ich einen kürzeren Waffenstillstand habe. Aber kein Prestigemali, wenn ihr sie brecht, kann natürlich sehr cool sein, wenn ihr da radikal erobern wollt. Aber nur dann. Sonst halt nicht. Bei den Botschaften haben wir wieder dieses Sprachadwerbensgedöns. Finde ich halt total langweilig. Ja, wir haben halt cool, wir können mehr Sprache erwerben. Und jedes Bündnis gibt eine Diplomatie. Das kann ganz nett sein, wenn ihr noch mehr Diplomatie braucht. Ist aber für mich kein Must-Have. Das heißt, wir haben hier oben einmal dieses Sprachenerwerben und hier einmal. Leider auch nicht übereinander. Das heißt, ihr müsst, um hier hinzukommen, was aber auch nur mittelmäßig ist, erstmal anpassbare Traditionen haben. Die stärksten Trades momentan, merkt ihr ja schon, waren hier vor allen Dingen oben die drei. Was ganz gut ist, je weit höher hoch, desto besser. Denn dann könnt ihr euch anpassen auf andere Bäume. Entweder im Diplomatie-Lebenswandel oder eben in anderen Lebenswandeln. Und das macht diesen Trade dann immer wesentlich stärker. Je weit höher, desto besser. Müsst ihr euch immer merken, euer Herrscher wird nicht immer 100 Jahre alt, außer ihr seid so kleine Glücksschweinchen. Bei mir werden sie immer 60. Das heißt, ihr könnt nicht immer alles wählen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Trade und deswegen, ich wollte hier ein bisschen auf die Folter spannen, das wissen die findigen Leute und dadurch wissen das schon, der fähige Fälscher. Extrem starke Fähigkeit, weil sie eine lächerlich geniale kleine Interaktion freischaltet, Artefaktanspruch kaufen. Dann könnt ihr Artefakte euch gönnen. Sagen wir jetzt einfach mal die Krone vom guten Bizanz-Herrscher, der ist ja jetzt schon eingesackt worden von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich die Krone vielleicht sogar hier ausgestellt habe. Jo, da ist sie, die Krone von just in den Jahren, die gibt zum Beispiel eine Domänen-Schwelle hinzu. Und wer das Spiel kennt, weiß, eine Domänen-Schwelle ist krankhaft stark. Könnt ihr euch also dann einen Anspruch darauf kaufen, müsst wohl auch so 3000 Prestige ausgeben, um diesen Anspruch durchzusetzen. Das sind aber 3000 Prestige, die ihr eben für diese Domänen-Schwelle kriegt. Dann müsst ihr das Artefakt noch klauen, fordern oder darum kämpfen. Und dann könnt ihr einfach sagen, ich hätte gerne eine verfluchte Krone und diese verfluchte Krone könnt ihr kriegen und damit noch einen Domänen-Mehr halten. Das könnt ihr ja mit allen Artefakten machen, solange ihr halt genug Prestige habt, könnt ihr das überall tun. Ist auch am Anfang des Spiels ziemlich cool, wenn ihr halt die anderen Trades, die, naja, sehr situativ sind, ertragen könnt. Sagt, ich will einfach nur diese Artefakte kaufen, ist es natürlich ein massiv starker Trade. Müsst aber eben das Prestige haben. Bei lilanen Gegenständen müssen es so 3000 Prestige sein, die ihr ausgibt. Rechnet einfach mal damit, auf jeden Fall immer eine hohe Summe ausgeben zu müssen, dass ihr diese Gegenstände auch wirklich behalten könnt oder fordern könnt. Und sonst hat das auch noch die Möglichkeit, mehr oder schneller Ansprüche zu fingieren. Finde ich mit den ganzen Trades, die wir vorher hatten, nicht mehr so sinnvoll. Ihr habt so viele Trades, um irgendwelche Kriegsgründe zu ballern. Und ihr könnt sogar Waffenstillstände brechen. Aber ja, gut, wenn ihr dann, guck mal, feudal seid, keinerlei Anpassungen in der Religion oder sonstiges vorgenommen habt, dann könnt ihr halt dann auch schneller Ansprüche fingieren. Ja, kann halt helfen, wenn man zwischen Königrechtsanspruch bekommt, Herzogstumanspruch, ganz nett. Und ihr könnt die Blutprachthochzeit freischalten. Auch eine ganz geile Sache. Ihr könnt nämlich einfach entscheiden, wenn ihr eine Prachthochzeit ballert, ähnlich wie es die Lannisters bei Game of Thrones gemacht haben, zu sagen, wir töten einfach die ganze andere Familie. Weiß nicht, warum es genau komplett sinnvoll ist, aber vielleicht habt ihr irgendwie die Idee, hey, ich hab hier einen Titelanspruch, bin da hinten drin, ich muss erst mal diese ganze Familie ausrotten, statt dass ich das wirklich mit einem Mord nach dem anderen mach, könnte ich diese Blutprachthochzeit nutzen. Ihr geht also einfach da hin und sagt, hey, Prachthochzeit, erfüllt diese Prachthochzeit. Und dann geht ihr nicht auf normale Prachthochzeit feiern, sondern auf Blutprachthochzeit. Und dann werdet ihr die ganze andere Familie töten. Ziemlich krass, vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein Diplomatie-Baum ist, aber es ist ein Roleplay-mäßig super lustig und es kann ganz nischenhaft wahrscheinlich auch dazu führen, dass ihr immer Ansprüche durchsetzt. Ist aber sehr tief drin und ja, es ist halt sehr speziell, aber natürlich einfach vom Flair her eine sehr interessante Fähigkeit, die man da freischalten kann. Und dann sind wir bei Diplomat. Die letzten Fähigkeiten sind immer, ja, nett. Ihr habt drei Diplomatie dazu. Ihr habt mehr Meinung wieder. Ihr merkt also noch mehr Meinung. Ihr habt insgesamt 35 Meilen nur durch den Diplomaten, was schon extrem stark ist. Und ihr könnt persönliche Komplätze, das heißt anfreunden, beeinflussen und so weiter, könnt ihr verbessern. Und ihr habt erhöhte Ausgangslegitimität. Da verstehe ich nicht ganz, wie das funktioniert, weil unsere, ich denke mal, dass wir die Legitimität für unseren Erben dann erhöhen. Ist ein bisschen schwammig hier formuliert, aber wir seht hier unten nochmal die Erben, die kriegen ja 25 Prozent der Legitimität und erhalten dann wahrscheinlich durch diesen Trade auch nochmal Legitimität dazu. Ist halt nett, kann man aber generell bei den letzten Fähigkeiten sagen, die meisten sind eher nett, als dass sie jetzt übermäßig stark sind. Hier sind vor allem das Highlight, das sind die 20 Meinungen in meinen Augen, weil ihr dadurch durch die Herrscher drumherum, das, was ich eben schon erklärt habe, nochmal deutlich machen könnt. Weniger Krieg, mehr Bündnisse, mehr Vasallentum anbieten und das macht es natürlich extrem stark. Ja, dann sind wir wieder hier. Diplomat. Ich finde die Fähigkeit sehr cool, beziehungsweise den Baum sehr gut. Ich gehe sehr gerne mal auf die Einzelfähigkeiten, gerade wenn ich Vasallentum anbieten will. Da kommen wir ja nachher zum Augustus, da geht das nochmal weiter. In der Kombination damit sehr stark. Es gibt sehr viele Nischen dabei, aber gerade für stärkere Herrscher, die vielleicht Ruhe haben wollen, besondere Kriegsgründe haben wollen, mit dem Meinungszuwachs durch Geschenken einfach durchballern wollen oder einfach auch mit diesen Artefakten klauen, ist es halt einfach nicht zu vernachlässigen. Ich finde es nicht das Beste persönlich, weil es manche lieben diesen Trade absolut, gerade eben wegen den Artefakten und dieser Kombination. Da sind es auf jeden Fall für mich A, minus A, minus bis B. Es ist aber eigentlich rein von der Idee her A. Ich würde es halt seltenst spielen aus. Ich habe eine ganz klare Strategie, zum Beispiel bei diesem Herzogtum von Österreich, Großherzogtumgründen haben wir auch beim Zweitkanal, könnt ihr euch anschauen. Da habe ich das benutzt und da hat es auch richtig Spaß gemacht. Es war wirklich richtig geil. Ohne Krieg einfach alles einzunehmen, war halt pervers und da hat der Diplomat natürlich deutlich geholfen, zusammen mit dem Augustus, den wir uns jetzt anschauen werden. Ich schneide auf dem Video erstmal raus, wie sehr ich mich darüber ausrege, dass August hier in Erlaucht übersetzt worden ist. Gehen wir also direkt mal in die Trades rein, sonst wird das Video nachher noch 50 Minuten, was wahrscheinlich sowieso schon wird. Beeinflussungskomplottstärke ist ähnlich wie wohl überlegt eine Fähigkeit, um die Meinung von jemandem zu erhöhen. Ihr habt allerdings diesen Beeinflussungskomplott und der gibt euch Passivmeinungen dazu, dauert länger und wenn ihr gerade mal wirklich schnell Meinungen haben wollt, um Fraktionen aufzulösen oder sonst was, ist das halt nicht the way to go. Das geht einfach zu lange. Da seid ihr mit wohl überlegt, mit einem Geschenk schicken, viel schneller dran. Ihr schmeißt Geld in deren Gesicht und habt sofort die Meinung dazu. Ist also nicht so gut, kann man aber nutzen. Feste Hand, monatliches Prestige pro Schrecken. Spielt ihr auf Schrecken, müsst ihr ja fast immer den Folterer-Tree durchgehen, würde vielleicht sogar eher noch auf den Kriegsführungsaufseher gehen. Wobei, ehrlich gesagt, gehe ich dann eher auf Regelspieler und Verwaltung, kommen aber vielleicht mal irgendwann das zu. Könnt ihr sonst einfach auch nachschauen, was auch bald herauskommt, wie wir mal ein Schreckensplay für gemacht haben. Ist in meinen Augen sehr, sehr nischenhaft. Ihr kriegt 40 Prozent passiven Prestige dazu. Passiv Prestige werdet ihr sowieso fast nie gebrauchen, außer eben ganz am Anfang. Und da reicht euch eigentlich Schwerpunkt auf Majestät. Aber wenn ihr 40 Prozent von 0,5 pro Monat habt, ja, dann kriegt ihr halt 0,7, sage ich jetzt. Oder ne, 7,5. Sagen wir mal, kriegen 1. Ja, das ist aber nicht für irgendwelche Traditionen einetablieren oder für Passivkriegsvolkpumpen sehr wichtig. Ähnlich geht's mit Inspirierender Herrschaft. Wenn ihr mächtige Vasallen in Rat habt, dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber nee, ich mach's nie. Nehmt immer den, seid so stark, dass ihr immer den besten Rat, das beste Ratsmitglied reinsetzen könnt und nicht den mächtigen Vasallen. Und auch hier ist ja die Logik, ja, passive Prestige, ja, ist halt nicht so stark einfach und dadurch eher sehr schwach und auch sehr nischenhaft. Ich würde euch nicht empfehlen, euch darauf zu verlassen und einfach jeden mächtigen Vasallen reinzusetzen. Nehmen wir mal als Beispiel, ihr hättet den Kanzler als mächtigen Vasallen und der hat Diplomatie 7, 8, 9, 10 und der beste hätte vielleicht 27. Dann würdet ihr das Prestige, was ihr hier durch die Fähigkeit bekommt, sofort wieder reinkriegen, indem ihr einfach nur einen besseren Kanzler reinsetzt. Denn wir sehen zum Beispiel hier, wenn wir den Kanzler bei 39 haben, gut, das ist ein bisschen übertrieben, dann kriegen wir 1,95 Prestige pro Monat. Jetzt könnten wir zum Beispiel mal auf einen gehen, der jetzt hier, hier der ist auch mächtiger Vasallen mit 11. Dann haben wir auf einmal nur noch 0,55. Das heißt, wir kriegen 1,4 weniger Prestige pro Monat. Nochmal, bei dem Level, was wir jetzt gerade sind mit 19 pro Monat, ist das eigentlich scheiße, nicht so wichtig. Aber bei dem Level, wenn man gerade am Anfang ist, ist das halt eine riesige Summe, wenn wir da einen richtig starken Ratskanzler haben. Deswegen nehmt den Besten und nicht den mächtigen Vasall. Das ergibt nicht viel Sinn. Retorianer Garde, monatlich Prestige pro Ritter, selten Prinzip. Hier kann man allerdings wenigstens sagen, es ist einfach da. Also ihr habt 10 Ritter, kriegt ihr 10%. Aber wieder 10%. Am Anfang kriegt ihr, sagen wir mal, zwei Prestige pro Monat. Was sind 10%? Nichts. Also auch das keine gute Fähigkeit, in meinen Augen. Es ist halt leider, leider wirklich schwach. Wahre Herrschaft. Und da sind wir bei dem Trade, weswegen wir trotzdem die ersten vier uns ertragen. Denn dieser Trade ist lächerlich stark, wenn ihr mit Vasallisierung spielen wollt. Einfach eine reine, flette Annahme von Vasallisierungsangeboten plus 20. Massiv starke Fähigkeit, gerade wenn ihr noch mit Diplomaten spielt und diesen ganzen Meinungszuwachs habt, könnt ihr wirklich Vasallisierungsangebote durch die Gegend pfeffern. Trotzdem muss man nochmal sagen, Königreiche sind nur durch ganz speziellen Bedingungen, mit ganz massiven Buffs, überhaupt zu erlangen. Also ihr könnt eigentlich nur Herzogtümer ballern. Habt ihr aber nebenan, das könnt ihr auch nochmal bei dem großen Herzogtümer von Österreich, habe ich das auf den Zweitkanal hochgeladen, in zwei große Streams, da sieht man sehr geil, wie weit man damit gehen kann. Sehr weit, aber halt nur mit Herzogtümern. Die Königreiche sind so gut wie unantastbar, aber ihr habt natürlich, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, ohne Krieg vorgehen wollt, oder einfach ohne Krieg sehr viel Gebiet erlangen wollt, weil ihr gerade vielleicht schwach seid, nicht das Geld habe oder sowas, ist das hier natürlich der stärkste Trade, den ihr haben könnt. Geschichte schreiben. Relativ langweilig, ihr kriegt 5% mehr Legitivität Zuwachs, was total erbärmlich ist. Und ihr könnt ein Epos in Auftrag geben, ja, gibt euch halt Prestige, nur ganz nett. Ein Leben des Ruhms, auswirken der Ruhmstufe, das heißt, wenn ihr mal reinschaut, das ist nicht diese hier, sondern es ist diese hier. Die Ruhmstufe bringt euch bei den verschiedenen Stufen mehr Ritter, weltliche Meinung und der Grundwert plus 4, also auf jeden Fall 4 Ritter, das heißt, wenn wir jetzt auf die Prozente hier reingehen und sagen, wir kriegen da 100% mehr, kriegen wir halt 8 Ritter. Das ist für mich das Wichtigste. Die Meinung ist auch ganz cool, eben wieder mit dem Vasalisierungsangebot, aber ihr würdet hier halt doppelt so viele Ritter bekommen. Das kann halt schon eine coole Sache sein, aber eben für so einen tiefen Trade, naja, Leute, nehmt es nicht, es ist nicht wert. Dignitas, Prozente pro Ruhmstufe, auch eine coole Sache eben mit der Kombination von wahre Herrschaft. Allerdings, wenn ihr auf Vasallen spielen wollt, solltet ihr bis wahre Herrschaft gehen und den Rest auf Diplomat ballern. Ergibt durchaus mehr Sinn. Trotzdem kann man sich pro Ruhmstufe, wenn wir mal gucken, wir haben ja verschiedene Ruhmstufen, können wir ja auch hier schon angezeigt sehen. Da haben wir sechs Stück, das heißt, ihr könnt sechs Diplomatie maximale zubekommen. Wenn ihr Diplomatie maximieren wollt, um wirklich vielleicht noch ein Königreich zu brechen, dann solltet ihr doch diesen Trade nehmen. Er ist aber wieder sehr speziell, sehr tief unten und in meinem Auge das Ganze nicht wert. Geht ihr bis wahre Herrschaft und dann auf Diplomat. Und dann haben wir als Letzt noch den Erlaucht, also August. Zwei Diplomatie, eine Kriegsführung und ein bisschen mehr Prestige. Sehr langweilig, nichts Besonderes. Kann man da mitnehmen, wenn man eh unten ist, aber insgesamt kann man sagen, oder ist meine Meinung zumindest, dass außer wahre Herrschaft in diesem Baum nichts Gigantisches. Also ich würde es nur spielen, wenn ihr Vasalisieren wollt. Alles andere, lasst diesen Baum einfach links liegen. Der ist nicht vergleichbar mit Diplomat, den man immer irgendwie benutzen kann, mit Kriegsgründen, bessere Meinung und so weiter. Hier geht es wirklich nur um diese Vasalisierungsangebote. Wenn ihr wirklich sagt, ich brauche Prestige wie sonst was und so nötig wie alles andere, ja dann macht es halt. Aber da gibt es bessere Wege, macht einfach Jagden, Festmähler oder Prachthochzeiten, da kriegt ihr deutlich mehr. Und dementsprechend merkt man natürlich, dass ich den Orgos nicht gerne mag. Er hat halt diese eine Fähigkeit, weswegen halt, ich will ihn trotzdem C einorten. Es tut mir leid, ich weiß, da werden sich wahrscheinlich manchmal schwerer. Das ist C+, aber ich finde die, das alles ist halt sehr, sehr schwach, außer wahre Herrschaft, diese Vasalisierungsannahme. Dadurch kommt es halt in C, der Rest ist für mich kompletter Mucht, den würde ich niemals wählen, außer ich will Vasalisieren, würde ich nur bis wahre Herrschaft gehen. Der Rest ist komplett Wurst, meiner Meinung nach. Und damit gehen wir zum Familienhierarch, dem Patriarch. Und zwar haben wir als erstes Befreunden eine sehr gute Fähigkeit. Wenn ihr Leute an euren Hof locken wollt, wenn ihr Leute davon abhalten wollt, euch Krieg zu erklären, wenn ihr Leute dazu bringen wollt, irgendetwas für euch zu machen, solltet ihr den Befreundenkomplott haben. Es gibt eine Tradition in Spanien, da gibt es so eine Möglichkeit, immer Freundschaft zu schließen. Ansonsten braucht ihr diesen Trait hier Befreunden. Was hilft das? Ja, ihr könnt halt Befreunden. Ihr müsst halt vor allen Dingen Diplomatie hochhaben, ihr müsst gute Traits haben oder passende Traits haben, damit die Befreundenkomplott auch klappt. Deswegen ist es nicht immer super, aber ihr habt halt die Möglichkeit, Freundschaft zu schließen, damit sehr viele große diplomatische Vorzüge zu bekommen, wie halt starke Leute, wie ich eben sagte, an den Hof zu holen. Ihr könnt außerdem Brettspieler-Vorausforderungen frei, ja, interessiert keinen Menschen. Es gibt halt irgendwie so ein kleines Minispiel, da kriegst du ein bisschen Stressabbau, ein bisschen Zufriedenheit mit den Leuten, manchmal auch Meinungsabzug, nicht ganz so wichtig. Dann gehen wir zur Herrschaft erzogen. Sehr coole Fähigkeit an sich, aber auch sehr speziell. Gehe ich seltenst drauf, außer ich habe irgendwie freie Diplomatie-Lebenswandel durch einen Hexenzirkel oder sowas bekommen. Warum Hexenzirkel so geil ist, könnt ihr im Tipp-Video nachschauen. Da kriegt ihr 1 bis 3 zusätzliche Werte für jedes Kind, was ihr gerade habt. Das kann natürlich sehr hilfreich sein, weil euer Erbe dann einfach nicht kompletter Schmutz ist und ihr dadurch eben euren Erben bevorzugt und nochmal einen Vorteil bekommt. Dann gehen wir direkt zum Herz der Familie bevor ihr zur Vertraute gehen. Relativ langweilig. Ja, ihr kriegt halt mehr Meinung. An sich mag euch eure enge Verwandtschaft immer, außer ihr habt irgendwie 200.000 Ansprüche gegen euch, weil das ist ja meistens, wenn ihr neu an die Macht kommt und dann habt ihr, glaube ich, doch andere Prioritäten als enge Verwandtschaftsmeinung plus 15 zu geben. Wenn die euch hassen mit 10 Ansprüchen, dann haben die minus 100. Was bringen wir mit plus 15? Nicht wirklich viel. Da wäre sowas wie halt hier hinten mit den unabhängigen Herrschern deutlich besser. Vertraute. Jeder Freund gibt minus 5% Ansparungszuwachs, maximal 5. Ich meine, dass mal welche gesagt haben, es war früher mal unendlich. Jetzt gibt es höchstens 5 Freunde, die ihr euch geholt habt. Das ist so viel Micromanagement. Also mir wurde das ja auch öfter gesagt, macht das. Nee, Leute. Jeden Freund, ihr müsst 5 Freunde gemacht haben innerhalb von kürzester Zeit. Dann müsst ihr diesen Trade hier nehmen, dann kriegt ihr 25% weniger Ansparungszuwachs. Sorry, aber das ist... Nee, brauche ich nicht. Mach ich nicht. Würde ich euch auch nicht empfehlen, darauf zu gehen. Das ist viel zu viel Micromanagement für 25% weniger Ansparungszuwachs. Eigentlich nicht. Das ist Geschmackssache, glaube ich. Andererseits gut ist wie der Schmeichler. Das heißt, man kann Vertrauten deswegen mitnehmen, weil Anfreundenkomplott einfach plus 30% stärker hat. Habt ihr also jemanden, der nur 50% von euch befreundet werden kann, könnt ihr einfach mal irgendwie wahllos hier hineinschauen. Hi. Und würden dann hier auf Befreunden gehen, dann könnten wir ähnlich wie bei Einflüssen sehen, 95% und hätten dann eben eine Chance von plus 30%, was eben einen Vorteil darstellt, da ihr einfach schnell an die Freunde herankommt. Vertraute ist allerdings schon gegessen. Ihr habt den aber Nachwirkung natürlich auch. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Freund hier noch einsetzt, dann kriegt ihr auch nochmal 5% weniger. Aber nochmal 5%, ne, weiß ich nicht. Auf der rechten Seite Blutsband, Erfolgsschaft von persönlichen Komplotten gegen Familienmitglieder, also Freundschaft und so weiter machen. Dann können wir Kriegsgrundhausmitgliederrettung machen. Das heißt, ihr könnt in irgendeinem Land, wäre einer eingesperrt von eurer Familie oder dinastiert, dann könnt ihr da angreifen und den befreien und ihr könnt das Haus ein, was tatsächlich ein guter Grund ist, denn damit könnt ihr einfach ein anderes Reich angreifen und dann ist das zwischen Herzog und einem Königsreichstitel. Nehmen wir wieder ein Beispiel. Wäre jetzt hier Großmehren und darunter wäre jetzt wieder Bihar, was wir schon gesagt haben. Wäre jetzt unser Familienmitglied, da Bihar als Herrscher, also Herzog, dann könnten wir Großmehren den Krieg erklären und sagen, ich hätte gerne hier das Haus geeint und deswegen kriege ich dann hier unten dieses Gebiet, was eine ganz coole Fähigkeit darstellt. Ob man da jetzt wirklich unbedingt hingehen muss, weiß ich nicht. Also Blutsband ist auf jeden Fall stark, weil es ein sehr großes Paket bietet. Es ist halt nur eben sehr situativ. Da die Herrschaftsaktion ganz cool ist, kann man schon bis Blutband durchgehen. Es gibt in meinen Augen aber deutlich andere Prioritäten. Schon in dem Baum hier, wenn wir alle Bäume beachten, gibt es wesentlich höhere Prioritäten, als auf Blutsband zu gehen. Wenn ihr also von mir eine Empfehlung haben wollt, nehmt euch eigentlich nur Herrschaft erzogen erstmal. Jetzt haben wir noch eine coole Sache und zwar freundschaftlicher Rat. Das ist tatsächlich sehr geil, denn jede Freundbeziehung gibt euch zwei zufällige Werte bis zu fünf. Das wirkt auch nachwirkend, soweit ich weiß, eingeben. Das heißt, der vier Freundin aktiviert die Fähigkeit, kriegt ihr schon mal acht Werte, was sehr gut ist. Macht den fünften Freund, kriegt ihr nochmal zwei Werte. Das heißt, ihr könnt zehn Werte unbesüßt kriegen. Ihr müsst aber dann denken, ihr müsst sehr schnell dahin gehen, weil euer Alter ist halt euer größter Feind. Außer ihr habt schon alle Vermächtnisse durch, die euch länger leben lassen. Deswegen müsst ihr schauen, dass ihr natürlich diese Freundschaften schnell schließt, um die Boni möglichst früh abzusahnen. Und dann auch, was sind gute Boni? Mein Aumair Henke spielt Kackies zum Beispiel, aber Verwaltung, zehn Punkte Verwaltung wären gigantisch. Fünf Verwaltungen, fünf Bildungen wären für mich auch gigantisch. Es ist halt zufällig. Und es ist halt wieder sehr viel mit Micromanagement drin. Habt ihr aber Bock gehabt, eh schon für diese Anspringungsverluste zu machen? Dann auf jeden Fall freundschaftlicher Rat. freundlicher Rat nehmen. Auf jeden Fall. Das kann als Gesamtpaket hier, wenn man Herrschaft erzogen haben, vielleicht der Nachfarrer das auch nochmal macht, auf freundschaftlichen Rat oder freundlicher Rat geht. Natürlich sehr gut snowballen. Ist aber nochmal eine Priorität, die ich nicht hundert Prozent unterstützen würde. Trotzdem cool und sehr cool, dass man hier auch Fähigkeiten hinzukriegt. Also man kriegt sehr gut eben verschiedene Stats dazu. Und Stats generell sind sehr mächtig im Spiel. Der beste Grund machen, jedes lebende Kind gibt euch zufällig einen zufälligen Wert. Ihr seht es, nochmal Stats-Spiel. Ihr kriegt fünf zufällige Werte. Und wenn ihr freundlicher Rat nehmt, wenn ihr feste Grundmauer habt und euer Vater auch schon zur Herstatt erzogen habt, habt ihr drei Werte, sagen wir jetzt einfach mal maximal drei hier oben, könntet acht Werte bekommen, äh, 13 Werte sogar bekommen, sorry, 13 und 18 Werte bekommen, wenn ihr fünf Kinder habt. Was natürlich lächerlich gut ist, wenn ihr das relativ schnell bekommt. Seid ihr also irgendwie so ein krasser, wie heißt das nochmal, grauer, ach, der dicke Diplomater der vierte Stufe und kommt ihr sehr schnell hin, kriegt ihr 18 Stats dazu. Und das ist natürlich krass. Und dadurch ist der Baum besser, als in meinen Augen er es auf den ersten Blick wirkt und schon mal auch deutlich besser, als er erlaucht schon mal. Und wir haben als letztes noch den Patriarchen. Der Patriarch gibt euch mehr Fruchtbarkeit, ansprachungsverlust, als Kombination mit Vertraute, dann natürlich ganz nett. Noch mehr Meinung bei der engen Verwandtschaft und Hausmeinung plus 10. Ja, kann man nutzen, je nachdem wie viele fremde Herrscher oder unabhängige Herrscher ihr von eurem Haus auf irgendeine Verwandtschaft habt, dann wird das halt helfen. Hättet ihr 40 Meinungen dazu, seid natürlich von allen geliebt, müsst ihr aber auch eben bis hier unten runtergehen. Ist eine ganz coole Geschichte. Insgesamt ein sehr Stat-heavy Baum, wenn man darauf geht und dieses Stats alle mitnehmen könnt, also effektiv dieses Stats nutzt und nutzen könnt, dann ist das schon ein sehr starker Baum. Er ist aber sehr situativ und ich gehe selten, das ist halt wieder eine Meinungssache, ich gehe selten aus meinem Weg, Familienhierarchie zu nehmen, weil ich finde einfach, da gibt es andere, die wir in den nächsten Videos hier anschauen werden, die deutlich wichtiger und stärker sind. Aber es ist eben, gerade Diplomatie ist in meinen Augen eine der interessantsten Spielweisen. Wir haben halt diese Versalisierung, wir haben dieses auf die Familien Stats grinden und mit Freundschaften Stats grinden. Das ist schon eine sehr coole Sache. Er laucht, fällt da so ein bisschen raus, außer eben wahre Herrschaft. Das ist eher, naja. Aber insgesamt haben wir eine Diplomatie, obwohl ich sie sehr oft sehr disse, sehr coole Lebenswandeln, die einen sehr speziellen Spielstil ermöglichen und die man dann auch wirklich gut nutzen kann, um seine Macht, nicht im Angriff, aber doch irgendwie mit Angriffsgründen und mit Stats und damit auch im Angriff oder mit der Stärke zumindest, sehr nach vorne zu bringen. Ja, und dann sind wir wieder bei Erlaucht. Also es ist jetzt wieder eine persönliche Meinung. Ich sage B+. Ich finde es nicht stark genug, als das ist, was jetzt noch kommen wird in den nächsten Videos, rechtfertigt, das in A und S zu setzen. Weil es sind zwar coole Stats, es sind aber sehr viele Bedingungen, die da erfüllt werden, gerade wenn man irgendwie Anfänger ist und dann nicht so die Orientierung hat, vielleicht überfordert ist von anderen Sachen. Selbst ich nach hunderten Stunden sage mir noch, naja, nee, manchmal gehe ich da nicht aus meinem Weg und befreundet jetzt immer ab sich nur mal fünf Leute. Das mache ich mal einmal, um mir irgendjemanden an den Hof zu holen. Deswegen sind da oben sehr starke Trades. Deswegen würde ich B+. sagen. Aber können wir auch eigentlich A- sagen. Ne, ich sage B+. Komm, ihr könnt mich ja dafür lünchen. Ihr könnt ja natürlich auch eure Meinung in die Kommentare hineinschreiben. Neben daher, dass ihr sagt, ob ihr davon noch mehr haben wollt. Könnt ihr das auch nochmal reinhauen. Ich beende jetzt das Video. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde hier gebraucht, weil wenn man das alles durchgeht, merkt ihr, das ist sehr viel Zeit und es kommen ja noch ganz viele andere Bäume, die nochmal deutlich anderen Fokus bieten, was eben Crusader Kings zu geil macht. Haut wie gesagt alles rein, gebt mir ein Like, erzählt auch eure Erfahrungen mit dem Diplomatie-Lebenswandel. Würde ich auch gerne hören. Einfach damit wir ein bisschen die Interaktion hochhalten und den bösen Algorithmus fördert. Man sieht sich und man hört sich. Haut rein.